hallo leute hier das vierte video zu den puma fundstellen diese location befindet sich in new orston und zwar ist das ganze nordöstlich von tamilwit das ist eine recht zuverlässige stelle weil der puma jedes mal spawnt also ich habe jetzt noch nicht erlebt dass er nicht gekommen ist man muss vielleicht mit dem pferd an dieser kleinen hügelkette auf und ab reiten aber kommt ja immer sehr zuverlässig sollte natürlich den puma in den kopf treffen dann bekommt man auch ein drei sterne puma das war jetzt gerade hier nicht der fall die karte also nordöst östlich von tamilwit schola springs und dann bei diesen hügelketten kommt der am ende habe ich euch noch ein schönes foto drangestellt das ist auf dem weg zu diesem puma entstanden ich finde das einfach wunderbar also diese milchstraße da oben richtig geil viel spaß bei gerettet online gerettet online gerettet online